Ja hallo, ich wollte euch mal meine neue Entwicklung vorzeigen, bzw. ein bisschen heiß machen zu meiner neuen Software, die ich jetzt gerade entwickle. Die Gwentma on PC Software lässt sich ja über MIDI fernsteuern und die Konfiguration fand ich bis jetzt immer sehr schwierig, weil viele MIDI Geräte geben halt CC Messages aus und das Gwentma on PC versteht halt leider nur MIDI Notes. Dazu hatte ich mich jetzt entschlossen, eine Software zu entwickeln, damit die ganze Konfiguration mit diesen ganzen Dritttools, MIDI Ox, Bone, MIDI Translator und so weiter entfallen kann. Die Idee ist folgende, ich nehme ein MIDI Gerät, schleuse das durch meine Software und die Software selbst gibt dann Artnet einfach dementsprechend aus. Hier für Demonstrationszwecke habe ich eine kleine Demoshow vorbereitet, einfach, die dann halt, ja, die Fader dann gleich zeigen wird. Angeschlossen an meinem PC habe ich derzeit ein Traktor-Control F1, weil liegt er endlich hier auf dem Tisch, hätte auch noch ein Arcai APC40 hier. Geht letztendlich nur darum, ein paar Fader-Partner für zu haben, mit dann auch dementsprechend, wie man hier sehen kann, dass die Noten rausgehen und die Fader bei vielen Instrumenten halt in Control-Change rausgeben. Und, ja, zeigen wir mal die Software, wie geht's, aber zuerst müssten wir mal die Gwent mal fit machen, auf dem Bereich, dass sie Artnet empfängt. Dazu gehe ich halt ganz normal in den Netzwerkbereich, habe hier konfiguriert, dass ich einen Input habe, lasse das im Universum 4 aufschlagen, was da ankommt, und ich brauche halt nur einen Eingang. Ja, und somit ist erstmal die erste Konfigurationsbereich schon getan. Ich wechsle jetzt in die Software, sieht noch ein bisschen, ja, Entwicklungsstadium mäßig aus. Da wird noch einiges passieren, wie schon gesagt, das ist eine ganz frühe Version der Software. Ich fange ein neues Projekt an. Hier wurde direkt schon die Grandma des Artnet erkannt, kann es anklicken, die Werte werden übernommen, auf welches Universum die Werte einkommen müssen. Ich drücke OK, mein Projekt ist fertig, konfiguriert. Ich muss jetzt nur noch mein MIDI-Device hinzufügen. Später kann man auch pro Gerät noch direkt ein Sys-Ex draufschieben, zum Beispiel beim APC40 müsste man einen Modus umschalten, damit der brauchbar nutzbar wird. Wenn das Gerät angeschlossen ist, direkt hier an dem Pöppel hier, kann man sehen, dass es verbunden ist. Drücke ich halt irgendwo drauf, geht, blinkt kurz grün auf, alles ist schön. Was ich jetzt noch habe, hier in dem System, ist ein Lernmodus. Dieser Lernmodus sieht einfach vor, dass ich halt direkt das, was ich jetzt auf den MIDI-Geräten drücke, in die Software rein importieren kann, ohne groß irgendwelche Dialoge zu klicken. Ich bewege jetzt einfach mal die Fader so ein bisschen, anschließend die vier Notenknöpfe, die ich konfiguriert habe. Was wir hier auch direkt sehen, ist, er vergibt hier hinten direkt DMX-Channels durch, welche sich dann auch später in der finalen Version ändern lassen. Ja, Konfiguration fertig, Software läuft, jetzt nur Lern ausschalten, damit wir nicht unsere Show gegebenenfalls verhunzen. Wir wechseln jetzt zurück in die Wendma, brauchen jetzt im Prinzip nur die Inputs uns anzugucken. Ich mache mal ein externes Screen auf, wo wir mal DMX-Sheet einfach einblenden, in Universum 4 wechseln und dort sieht man dann halt schon direkt die Fader-Werte, wie sie hier reinfließen. Die Knöpfe selbstverständlich auch und alles ist gut. So, was müssen wir machen? Natürlich noch die Remote-Imports aktivieren. Sie sind hier aktiviert. Ich füge jetzt einfach mal acht Stück da hinzu. Die liegen halt alle im Universum 4, fangen wir Kanal 1 an. Ich hatte zuerst die vier Fader definiert. Executor, Fader, Fader, 1 through. 1 bis 4 haben wir jetzt und dann haben wir hier beispielsweise noch Hardkeys, zum Beispiel Fader Page Up, Fader Page Down. Das sollte reichen zum Angucken. Ja, gehen wir dann mal jetzt in die Executoren. Die belege ich jetzt einfach mal hier stumpf mit irgendwelchen Gruppenmastern. Ich hatte da schon welche vorbereitet. Gruppenmaster 1, Gruppenmaster 2. Die anderen schenke ich mir mal. Probier es aus und schupp, hier funktioniert es. Warum ich jetzt den Page Up, Page Down belegt habe, ist ganz einfach. Weil, wenn ihr ein normales MIDI-Gerät benutzt, springen die Werte auf den zweiten Page direkt. Ein Vorteil, wenn ihr über Artnet oder über DMX in geht, dass ihr tatsächlich diese Page-Funktion auch besser nutzen könnt. Ich belege jetzt einfach mal hier die zweite Seite mit ein paar anderen Feldern, nochmal voll, damit ich das demonstrieren kann. Also, wir haben hier derzeit 100% auf dieser Page-Seite. Ich wechsle mal zurück auf Page 1. Man sieht, die liegen hier bei 30%. Die physikalischen Fader liegen irgendwo dazwischen. Bewege ich jetzt diese Fader, passiert hier in dieser Anzeige gar nichts. Ja, wir können uns das auch gerne nochmal im DMX-Sheet angucken, welches ich leider nicht gespeichert habe. Also, das ist kein Problem. Also, ich bewege die Fader. Ja, das mache ich jetzt permanent. Und hier in der DMX-Anzeige passiert halt gar nichts. Weil, Werte abholen ist hier angesagt. Ich muss die Fader jetzt auf 30% runterbewegen, dann greife ich ihn und dann kann ich ihn halt ganz normal bewegen. Andersrum wechsle ich die Page, muss ich auch hier dann dementsprechend auf 100% gehen, Fader abholen und dann kann ich ihn bewegen. Bei MIDI geht es halt nicht. Ja, so, das war es dann erstmal jetzt für diese Vorstellung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude und ja, ich melde mich sozusagen, wenn die Software fertig ist.